Start mal gucken, ob es geht. Oder ob es gleich wieder abschmiert. Und... ... die Leute werden empfangen. Und der Stream müsste jetzt eigentlich gleich wieder online sein. Ah, jetzt ist er wieder online. Okay, gut. Unten ist noch einer, Jungs. Was ist das für ein Typ, Alter? Alles klar, Jungs. Heftiger Spieler, heftiger Spieler. Warum war live off? Du meinst, warum Streaming offline war? Kannst du mir doch auf der Headseite rumfummeln. Dankeschön. Der war offline wegen... Mein Streamingprogramm ist abgeschmiert. Kein Blue Screen, aber mein Streamingprogramm ist abgeschmiert. Ist immer schön, wenn die Technik so gut funktioniert. Ist immer wieder was Schönes. Hab als erster geliked. Achso stimmt, der Streaming ist ja wieder auf. Neue, ne? Ich hol mal kurz was zu trinken, ne? Ja, warte ich schon. Ja. Okay, wie machen Sie das am Schlausen? Ich muss jetzt einmal ganz kurz das Headseite runternehmen. Äh, sie wollen. Das Problem ist aber bei solchen Streaming, sobald das Streaming abgekackt ist, sind nicht mehr viele Leute da wie zuvor. Also mal einen Stream muten. Ähm, ich dürfte ja gerade noch zu hören sein. Ich werde mich jetzt ganz kurz muten und was dreck, ne? Ja. 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 Wir haben voll, voll. Ja. Ich weiß nicht, ich hatte das vor kurzem gehört. Gefühlt nach jedem Wort alter. Äähähähäh. ich glaube es pusht noch einer, der hab ich grad irgendwie enter angehört oder den Greife, wie er jetzt heißt ganz nämlich grüßen, Daniel, grüße gehen wir raus Klaus, HD, Eule, ey, was geht JPN, Rakes, was geht Fire, was geht Ja, Schnitzel, ne Oh, hier ist so Bock auf Schnitzeln Hey, was geht Was hier, was geht Ich hab schon seit Ewigkeit kein Schnitzel mehr gegessen, ich hab so Bock drauf, ist unglaublich Richtig geiles Schnitzel Äh, bei Double L, bei dem neuen Gebäude sind, Gegner Einer down Direkt Da lag ein Lagerfeuer, ne Ich hab's glaub ich mitgenommen, ja Noch einer down Links ist auch noch welche, links oben Von dir Da oben Absolut Ehre genommen Hinterher und Ludgallen direkt Ey, schon Und euch nicht, die man in der Falle platzieren, wenn ihr bescheidt willst Konzentriert euch nicht alle auf einen, unten ist nämlich einer, der wird glaube ich gerade wiederbelebt Äh, jetzt links genau vor dir Irgendeiner wird dann wiederbelebt bei dir in der Nähe Weil ich ja gerade gehört, dass jemand sich eingebaut hat und eine Falle platziert hat Ja Christine, moin, es ging Schöööööööööööö Ich fühl's immer noch so bitter, dass ich der Erste war, direkt gefinished wurde. So eine ganze Runde sitz ich hier und guck zu. Was soll ja, Muni? Über euch ist ein Gegner, ne, übrigens. Und dann hinter euch jetzt. Hinter uns. Ich hatte einmal mit dem Schwung rennen, doch mal. Alter. Muni von allem leer erstmal. Oder muss fucking los. Also dein Aim-Wire on point. Warte, noch nicht den Slap, noch nicht den Slap. Verwende. Verwende immer erst. Da müssten noch Verwende rumliegen. Ne, ich hab noch, äh, du kannst hier den Slap gönnen. Okay. Ich hab noch, äh, Lagerfeuer. Okay, dann place ich meine Lagerfeuer hier und dann kann er sich den Slap reinballern. Aber ich will in die Ecke rein kommen. Komm her. Komm her. Mein Fuß. Äh, euer Teamkolleg ist immer noch gedauert, ne, nur mal so nebenbei gesagt. Ach so, ups. Warte. Ich will mal ganz kurz noch erwähnen. Komm her, komm her. Komm her. Fiffi, komm. Fiffi, Fiffi. 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 Bist übrigens voll. Drei, 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 drei. Kann man hier zusammenzocken, also Playstation 4, mit Xbox. geil. Guck, seit Anfang der Woche war das, ne, oder? Mittwoch, ne Mittwoch war das glaube ich, so Mitte der Woche, ne ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall seit dieser Woche kann man es machen, ja, ähm, Niki, moin, was geht, ja, die war nicht schlecht, Granaten, der Typ hat sich eingebaut unter der, also sie ist immer noch drinnen, genau, genau, schießen kaputt einfach mit der Runde, na tschüss, äh, der Gruppmann-Führer ist ziemlich low, der Lebt noch, was ist, jetzt? Der 82 Schaden kassiert, der muss noch, äh, ne, man schilder haben wahrscheinlich, wo ist er? Das kann ich dir nicht beantworten, ich weiß nur, dass deine ganzen Teammates alle down sind und gerade gefinischt werden, glaube ich, nicht mehr, ich merke es. Ich muss es, glaube ich, ein bisschen was hier zugeben, alleine kann ich nicht dagegen ausrichten. Was ist das für ein Einstieg? Nein! Bin da oben doch nur zu meinem Jump-Head, die Fotzen. Ups, falsch Wort. Uff, dem Namen hast du aber Hits gegeben. Habt ihr kurz gleich einen Jump-Head? Sessen bei dir ist einer? Nein, absolut verbaut. Bruder, muss fucking los. Boah, die Scar Connected, der ist so geil gerade. Leute! Alter, Eintriff, du bist weg gewesen. Digga, geht dich. Bruder, muss fucking los. Nein. Bist beliebt gerade, ne? Lass mich doch alle in Ruhe. Oh, Digga! Oh! Lass mich doch alle in Ruhe. Oh, Leute. Komm. Nein, nein, nein! Absolute Fettfingers, Alter. Vier Kills, let's go. Ja. Set mir einfach aus Crossbowl möglich, ja? Ich wünsche dir, du hättest 15 Millionen Abos. Ja, das wünsche ich auch. Wie heißt so ein Epic? Das ist egal. Ich habe hier keine Fortschritte. Geht ihr raus aus der Party damit andere Leute rein können? Jo. 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 Stefan, komm, sag doch deinen geilen Epic Games Namen. What? Swagger Zinker? Gibst du, Alter? Du bist so neidisch, dass du nicht so einen geilen Namen hast wie ich, Alter. Nein! Ich habe jetzt irgendjemanden angenommen. Auf Epic. Shit. Ich will keine Freunde auf Epic haben. Ich will nicht. Ich will keine Freunde. Okay, gut. Ich habe es doch nicht gemacht. Oh, Schwein gehabt. Ah, ich hatte noch keinen Sieg. Kann ich mal mitspielen? Du glaubst, dass du hier einen kriegst? Glaubst du, wo du hier bist? Sind das Community-Runden? Ja, natürlich. Was, Geld, Shorty? Eins, zwei, drei. Mhm. Sie fixen erst mal mein Skin. Brauch mal wieder was anderes. Ja, warum nicht? Hallo. Hallo. Servus. Eins Brot. Och, die Namen heute, ne? Zuckergross. Ich habe jetzt morgen zwei Brot. Morgen halte ich zwei Brot. Lädst du gerade deinen Controller auf? Ja. Achso, deswegen höre ich dieses Ganze, dieses... ...mit der Grunde, okay. So, soll ich es weglassen? Weglassen. Wäre ganz cool, wenn du kurz rausziehen könntest. Ich weiß nicht, wie voll dein Controller ist. Wäre ganz cool. Äh, meine Mutter bringt mir Batterien, aber... ...warte, ich gucke schnell. Ja, sonst macht sie nur ganz kurz raus. Kannst du später wieder reinmachen. Jo. Will schon halten. Ist Eins Brot auch schon in der Phase? Ne, ist noch nicht drin. Okay, ich halte Eins Brot nochmal ein. Boah, alter Profil ist auch noch... Der schwarze Ritter sieht ein bisschen komisch aus. Der sieht cool aus. Ja, aber von der Farbe. Oh, der sieht voll cool aus. Der schwarze Ritter, ein bisschen rot, man. Der sieht auch geil aus. Der sieht auch immer so aus. Was los? Wie heißt es auf Epic Games? Mann, ich heiße jetzt Zwecke, Sinker, okay? Ich kann es euch nochmal ganz kurz nochmal reinschreiben. Genauso. Genauso. Aber ich werde eh keine Freundesanfragen annehmen. Also ist eigentlich scheißegal, dass ich gerade überhaupt einen Chat geschrieben habe. Ja. Ich habe es sogar in den Battle Pass. Cool. Swagger Sinker. Das ist halt ein Name, alter. Da weißt du halt genau, okay. Wenn du gedauert bist, der Typ finischt dich. Lol. Okay, das ist ein Anzeige-Bug, alter. Bei mir ist die Insel auf meiner Karte und der Dusty. Alles klar. Oh, bro. Bei mir ist die Insel genau hier. Wo wollen wir hin? Ich fliege eine Insel auf meiner Karte. Keine Ahnung. Ähm, Shifty. Äh, das ist ein Anzeige-Bug. Aber wir waren schon die ganze Zeit Shifty, alter. Ich will nicht mehr nochmal Shifty. Salty? Was ist Salty? Lass mal... Oh, jetzt ist er schon ausgesprochen. Okay, man. Ich wollte eigentlich mal einen auf komplett bescheuert machen. Einfach mal Lucky Landing gehen, weil ich da auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr war. Einfach so. Ich meine, das ist am Arsch der Welt. Aber trotzdem könnte man das mal machen. Wir haben noch genug Community-Runden. Alles gut. Reverse Army, moin. Das geht. Buckfish, bist du gut? Ach, darum ist es Buckfish. Okay, gut. Ich dachte gerade, das wäre jetzt irgendeine Art von Beleidigung, die ich nicht verstehe. Aber okay, das war nur ein User-Name. Ja, du Buckfish, du. Das wurde wie ein Buckfish. Und, äh, ich habe wieder Crap bekommen. Das ist mein Lieblingsdud. Nice, boon. So beschissen der Lüte, so besser wird die Runde. Der ist zu schlecht, der Lüte. Was hast du denn das? Schnibber? Das ist super. Kühl. Der ist gerade so zucker. So zucker. Graue Taktische. Graue MP. Taschenriss. Ich habe 6 Minis. Wenn du deinen Tal anschaust, kriegst du direkt einen Zuckerschock. Ja, das ist einfach so. Oh, ich habe 2 Minis übergeleitet. Bei mir ist jetzt jemand. Oder welche. Oh. Ich habe jetzt 7 Minis. Gut, den habe ich auch. Ähm, muss los. Muss. Man darf nicht. Da ist alles. Oh, das ist... Oh. Oh. Taggye. Sag mal. Digga, ich schwitze gerade zu. Könnt ihr zu uns kommen? Achso, das ist okay. Cool. Müsste irgendwo Gegner sein, du hast dir beigesagt Ja, ich bin da drauf und anschauen Ach, hier ist, hier ist ein Clown Da ist irgendwo ein Daunter, ja, den könnt ihr mal wegmachen, außer wenn ich meinen Kill kriege, dankeschön Ich habe hier noch Verbände, ne, also wenn jemand noch Verbände will, ja gut, ein Verband liegt hier noch Wenn jemand haben will, kann ich ihn gerne hier drin gönnen Oh Oh Ich vorstelle, Typen, jetzt ist mir scheißegal Ops, du bist an dem Sinn, komm, okay, gut Absolut ein Risky-Race, das Alter Super gepusht, super gepusht, Stefan, super, weiter so Ich dachte, es sind mehrere und nicht nur einer Ich dachte, ich gehe da jetzt ran, Alter, mache jetzt so einen richtigen geilen Move, Alter Komm dann aus der Umlaufbahn und gebe den Typen einfach richtig einen kranken Hit Aus der Umlaufbahn Aber nee, ja, ich würde dir mal den hier Ich wusste, ja, mein Problem, Stefan, ist hier Also nicht, nicht drunter, wenn meine Mutter da ist, ne Was sollen wir nicht machen? Äh, nicht wundern, wenn meine Mutter reinkommt Achso, okay, cool Die bringt mir dann hoffentlich geile Batterien Geile Batterien? Bei meinen Also, ich würde mir jetzt nicht zu viel versprechen, weil es könnte sein, dass nach der Runde, wenn es nicht lang genug geht, dass du dann nicht mehr mit mir zocken kannst, leider Ja, aber wie gesagt, heute ist wieder Massenabfertigung Zehn Minuten, nächster Leute, warum muss ich auch immer aufbauen geswischt? Bei allen Massenabwürdigen Bei allen Heute losmachen Heute ist Massenabfertigung Ähm Warte Nach dem Motto von Montana Der Notkind Ben ist im Chat, Alter Uf, uf, weil es geht Oh, tschüss Grus Kann mal einen Eck von mir gut kommen hier, Alter Was ist los? Dankeschön, das ist mir den Krill auch noch Oh, Loot, 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 Loot Darf ich mich bitte? Danke Ähm So Jetzt mal kurz den Kettau aufräumen Droppen Hat jemand Snap, Amon? Glaub nicht Hat jemand einen Raketen? Ich muss gerade schauen Komm, ja, ich hab noch zwei Äh, ja, ich Ja, ja, warte, warte So Das ist mir gedroppt Denkomm, wir hier geflogen Wir schießen mit Raketen auf euch, pass auf Meine Nein Nein Das war auch mal Nein Die Blazka Hat jemand einen Raketen? Hat jemand einen Raketen aufgesammelt von euch? Ja, warte, warte Ich hab einen Raketenwerfer aufgesammelt Ich hab alle rockets Dankeschön Ich hab gerade eine Granatwehr fertig, Digga Muss ganz ehrlich sagen, Granatwehr fertig ist immer besser Jungs, hinten bei dem Dingsturm Bei dem Geschützturm ist ein La- äh Geschützturm? Äh, achso, äh, Lutlaub Alter Alter, ich wusste gerade, was ich sagen wollte, aber ich konnte es gerade nicht aussprechen einfach Äh, das ist meins Egal wer das ist, das ist mein Lootjob Hat einer von euch die Mission noch offen? Sonst gibt doch mal den, der die Mission hat So ist es besser Ah, ja, ja, ich Oh, und Dusty sind da Ja, boi Oh, fuck, Mann Oh, Gott, das ist ein ganzes Team hinten Oh, Leute Hier noch haben die mich nicht gesehen, einfach weg hier Ja, muss ich fucking los Ja, unten bei Dusty sind welche, ne? Achso, Alter, wo ist der denn hin? Ah, ne, passt schon, ich hab'n Biggie da unten Stefan, Stefan, rüber, rüber, wir haben ein Jumppad Okay, gut Hier ist unten in Dusty gewesen, weiter links, weiter links, wenn du von dir aus gesehen da unten bist Ja, ja, verstehe Du sollst jetzt gerade alleine, ne? Also nicht draufgeben Einer da unten Hab' auch einen Achtung, der andere Adress benutzt, der ist jetzt oben Der kommt Der kommt zu mir, Jungs, der kommt zu mir Ich weiß Wirklich, jetzt zieht wieder Autorun? Ah, shit Kann er da unten Er finisht Er finisht die Rechnung, ich hab' nicht mal dein Teammate gefinisht, aber du gehst auf mich Ja Ehrenmann Ehrenmann Oben ist noch einer, ne? Der hat mich gefinisht, wo du gelootet hast, Dankeschön Ist da noch einer, oder was? Ja, natürlich, der hat auf dich geschossen Ich bin auf ihn gegangen und der hat mich dann gedaunt Nein, die finishten, die finishten direkt Ja, jetzt lassen wir nochmal hin und loote nicht die ganze Tiere, was ist los mit dir? Ich hab' keine Metz, Alter Nein Jetzt so Ich sag ja, wie viele Metz hatten die? Ja, spät Der nächste gefinisht Nice Alles gut Naja, es geht'n Wurde grad direkt gefinisht Macht's was, macht's immer Spaß, da fühlt man sich immer gleich viel besser Na, na, na vorbei Wie geht der back jungs Kann ich mitmachen, wäre cool, ja, nächst, äh, nach dieser Runde machen wir wieder eine Community-Runde, ne, denk ich mal, so wie es aussieht ja auch, ne. Wie lange machst du noch streamen? Weiß ich nicht. Ich denke mal nicht allzu lange. Ich würde gerne mal was essen, nehme ich. Alles gegessen. Ich bin müde. Hast du nicht erst noch gesagt, du hast keine Mets, Alter? Ich bin ganz schön, der Mets. Nein! Äh, ich hab doch vorhin gesagt. Ich hab ja vorhin gesagt, dass ich gelootet hab, aber jetzt hab ich wieder welche. Das ist okay, hab ich nicht sogar. Weil der Typ 999 hat, äh, heute. Komme in meine App Wattpad nicht mehr rein. Aha! Na gut, ist auch so. Okay, Epic-Freund-Anfragen geschickt, äh, kannst du bitte annehmen. Ne, tut mir leid, mach ich nicht. Ich hab irgendwie 400 noch was anfragen oder so, ich nehm keine mehr an. Mittlerweile hab ich, glaub ich, ähm, 454. Wird immer mehr. Komm, eine Runde machen wir noch. Eine kurze Runde machen wir noch. Wir gehen jetzt irgendwo rein, wo wir wahrscheinlich sterben wären, einfach nur so. Also sowas wie Tilted. Kannst einmal an Tilted gehen. SS-Mann dich bereit. Was los? Ist er irgendwie gegangen oder so? Hab ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Wir haben's gemerkt. Okay, du hast viele Tänze. Bist mein Vorbild. Super! Mhm. So, was hab ich noch? Ach, guck mal, der hier. Ah, ah, der ist gerade im Shop, ne? Ja, Hans, echt? Ach, cool, das ist echt nicht kurz. Ja, ich hab mir den direkt gekauft, als er rausgekommen ist. Das erste Mal direkt. Ah, ja, moin. Macht ein Freund auch mal irgendwie bereit, oder? Ich weiß nicht, der antwortet auch nicht. Ich denk mal, keine Ahnung. Ich denk mal, keine Ahnung. Welches die Antwort? Ja, der ist irgendwie irgendwo hin oder so, weiß ich nicht. Kurz auf Klo oder so, hm. Okay. Das wäre jetzt aber gar schön eine Tänze durch, ne? Alter, wo bleibt denn der jetzt? Hat der was geschrieben oder so? Ich guck mal kurz meine Dinger durch. Ach Gott, also wo bleibt ein Assassin jetzt auf einmal? Der Typ ist einfach weg. Sonst machen wir ganz kurz, ähm, so ne Runde. Dann gehen wir ganz kurz einmal zu dritten. Nur kurz zählt jetzt so. Da muss ich mal fix so hier. Kann ja noch einer reinschwenden. Ne, 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 wir machen so. Wir machen so diesmal. Einfach nur so, ganz kurz. Ja, kurz hier auf den Privater, damit keiner reinkommt. Jetzt einfach nur eine kurze Stelle runter rein. Weil dann können auch wieder neue Leute rein und dann... Ist alles cool. So, ich will jetzt auch nicht Ewigkeit in den Mund umgehalten. Also, äh, 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 ähm, Ding. Wenn ich dann rausgehe, darf ich dann nochmal rein? Oder wie? Ne, heute nicht mehr. Nächstes Mal, nächsten Stream, ja. Aber heute nicht mehr. Ah, jetzt bist du da, oder was? Wirst dich doch verarschen. Wieso? Weil du die ganze Zeit weg warst, Alter? Jetzt haben wir eine Runde ohne dich. Ja, hab ich zu dir gesagt, ich bin auf Klo. Hab ich nie mitgekriegt. Irgendwie verdrängte Erinnerungen und so. Alter, dass Luca ja mittlerweile ein FIFA spielt, ne, und nicht mehr Fortnite, Alter, das überrascht mich schon. Mich nicht, weil er die ganze Zeit gesagt hat, boah, FIFA ist so geil und so. Alter. Oh Gott, das ist ja richtig schlimm. Wenn du damit schießt. Holy shit. Bam. Oh Gott. So, wir gehen Täter, ne? Kurze Runde. Ich schau grad mit. Ich schau einfach beim Stimmen so lange zu. Ja. Mach das. Seel. Leute, das ist die Statistik grad bei mir. What the fuck ist das? Mach mal draus. Ach, da unten ist so cool. Ach, deswegen ist der Chat so weit unten. Ich hab nicht gewundert, Alter. Diese komische Einblendung schon wieder. Jedes Mal, wenn ich streamen, krieg ich ne Einblendung, wo draufsteht von wegen. Aktiviere diesen komischen Super Chat, Alter, wo dann Leute Geld für bezahlen können, damit es so ganz oben angezeigt wäre. Das ist ein echt cooles Feature. Mhm. Ach lol, das ist eigentlich hier zur Hälfte kaputt. Nur so als Frage. Weißt du das, irgendeiner? Äh, das ist ja, äh, der Würfel. Ist ja der Durchgang. Echt? Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, okay. Ehm. Die, die, die... Er dauert bei euch doch noch die Runde lang, weil dann sammelt schnell jetzt einfach noch den Benzpass Stern ein. Ja, ja. Kannst du fix machen. Cool, dann hat die Runde eh wieder neue Leute rein und dauert so ein bisschen. Also so ist es nicht. Jo. Hast du was gebaut? Achso, das bist du. Okay. Hallo? Würdest du bitte? Würdest du bitte? Ich kann dir keine Reise erzählen. Stefan. Fuck. Übrigens, ich warte hier so schnell in ungefähr 20 Minuten oder so. Ähm, links. Essen gehen. Und bin dann hier so schnell dann erstmal, äh, mit dem oder so. Oh, fuck. Oh, moin. Ja, das machen wir jetzt noch so kurz ein bisschen Duo und danach können wir den Stream beenden. Wir brauchen jetzt auch keine neue Community-Runde machen. Wir machen einfach nur ein bisschen Duo. Zum Ausklingen. Okay. Mal kurz schnell die, äh, den Stern. Wo ist der Stern eigentlich genau bei, in der Nähe von Paradise? So Leute, das war's gewesen, ne? Geht ihr freut mich aus der Party oder so? Okay. Geht ihr das gerne? Äh, Stefan? Wo ist der beste Stern gewesen? Äh, Paradise? Palms? Auf dem Traktor, glaub ich. Ja, auf dem Traktor. Dann weiß ich's gleich. Der ist, ähm, rechts neben der oberen Stadt bei Paradise Palms. Es gibt ja über Paradise Palms noch so ne Art Stadt. Und dann irgendwie da so in der Nähe war das, glaub ich, irgendwo. Also du gehst jetzt da, willst den Stern einsammeln, aber weißt nicht, wo der ist, oder was? Ja, hab kein Bock jetzt grad, um hinterher das einzugehen, aber muss jetzt drüber entscheiden. Das ist schön. Hey, Guys, schaut gerne bei Badalada vorbei, verlosen Skin. Ja, das ist schön für dich, Digga. Das ist schön. Okay. Und Chat, was macht ihr grad so? Ich ballen grad Leute. Wie's boys so aus? Ich geh jetzt einfach mal kurz solo in der Teamrunde rein, einfach, weil ich irgendwie noch irgendwie drei oder vier Leute überleben muss. Da bin ich mal ein komischer, weil ich die tägliche Herausforderung abgeschossen hab. Das ist komplett random. Oh, es geht so gut mit der Pistole. Da ist der. Hey, bin neu auf YouTube. Dürfte ich einen Push bekommen? Nein, du kriegst aber einen Arsch. Tschüss. Ja, kaum nicht getiltet, ist mir jetzt scheißegal. Müsst ja passen, ich muss ja eh nur viele Leute überleben, also von daher, das krieg ich easy hin. Wird lustig. Vielleicht kann ich auch dahin gehen, ne? Na, kaum getilt. Kann ich mit dir spielen? Nee, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Ich glaube, das war jetzt erst mal gewesen. Bekommst du die Runden für heute? Vielleicht mehr auch den nächsten Mal irgendwie mal einen Solo-Stream. Ich hab schon seit Ewigkeiten keinen Solo-Stream mehr gemacht. Müsst ja auch irgendwann mal wieder machen. Einfach Solo so ein paar Runden zocken. Okay. Das könnten wir irgendwann mal machen, weil das Ding ist... ...was ne Möglichkeit natürlich wäre... ...für, äh, Dings... ...dass du warten willst, bis mein Kabel ankommen ist fürs Mikrofon. Dann würde ich nämlich Livestreams machen. Dann könnten die nämlich bei mir mitmachen. In den Runden. Die Zuschauer und die können... ...und die restlichen können die live zuschauen. Wer mitmachen will. Oh, mein Gott. Macht der da oben, Alter. Auch hier ist er. Dings, du hast gar nicht getroffen. Bap, bup, biep, bap. Danke. Für deinen Loot. Ich find's los, ich bin grad eigentlich nur hier, um Leute zu überleben, was ihr eigentlich schon gemacht habt. Aber ich geh jetzt hier durch und finische einfach... ...alles, was ich seh. Das ist mir scheißegal. Ich ruiniere jetzt noch ein paar Teams, die Runden fertig. Man kennt mich. Döp, 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 döp. Ich mach einen richtig guten Fahrtbaumatch-up jetzt. Einfach alles wegfinischen. Hab ich grad'n Auto gehört? Okay. Okay. Was krieg ich? Ah, ja. Okay. Ich find's einfach echt scheiße, dass ich diese komische neueste Port of War wieder rausgenommen hab. Diese goldene. Die war echt ganz cool. Ich konntest einfach so riesiges Schloss einfach setzen. Äh. Ich mein, die war schon ein bisschen OP. Ich mein, du hattest auf einmal so aufs Nichts einen High-Ground. Ha! Fetten Hit gedrückt mit der Haftgranate. Na komm, wer will jetzt von mir gefinished werden? Na komm, wer will jetzt von mir gefinished werden? Hm, 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 hm. So, einmal kurz nachladen. Oh, da geht's runter. Da will ich jetzt mal ein Verband drücken. So. Zeig mal Einstellungen. Ähm, da gibt's nicht viel, nicht unbedingt was zu sehen hier. Ich meine, was willst du da sehen? Ist nix großartig umgestellt. Ist nix großartig umgestellt. Das ist gerade ja. Macht alles. Ähm. Ja, ich denk mir, wir machen den Stream jetzt auch raus, Digga. Ich hab drei Käse gemacht. Ein Team, alter Solo. Ha, ha, ha. War lustig. Also, wenn du jetzt den Stream ausmachst, dann sagst Ciao an die Leute. Wenn du schon. Achso, ich bin gleich wieder da. Ich werde doch gleich jetzt mal auf Netflix gehen und mir was angucken. Man kennt mich. So, erstmal aus dem Party gehen hier. Bam! Oh, cool. Battle Pass. Ding freigeschaltet. Ach, die Hasen, Digga. Ich weiß auch nicht, ich find die nicht so cool, also. Aber jetzt hör ich auch nicht mal meine Musik hier im Hintergrund, ne? Irgendwie jedes Mal, ich hab immer irgendwelche Leute drinnen, die immer die ganze Zeit ihre Tänze so durchspammen, so dass du nix verstehst von der Musik. Ja gut, sogar jetzt die Musik geht's auch wieder nicht. Ähm. Was nehm ich jetzt einfach mal so als Ladebildschirm? Ich hab ja schon jetzt eine gewisse Auswahl. Das ist irgendwie komisch. Ja, das sieht lustig aus. Ja, das nehmen wir, nehmen wir. Vielleicht nochmal ein Skin durchwechseln fürs nächste Mal, falls ich on kommt. Was könnte man da noch nehmen? Ja, das kann jemand auch streamen machen, hat er. Wie sieht's eigentlich hier aus? Oh, uff. Ich hab ja gar keine EP gemacht heute. Ist gar keine bis jetzt. Oh, ich hab auch Kong gespielt. Oh. Zwei Stunden, dann krieg ich den hier. Je-ha. Alles klar. Tja, Leute, das war's gewesen mit dem ganz kurzen Stream heute. Irgendwie nur eineinhalb Stunden. Es war auf jeden Fall mal was anderes, dass mein OBS abgekackt ist und nicht mein ganzer PC. Das war auf jeden Fall schon mal was Interessantes. Hab ich noch nie gehabt. Hey, Leute. War's gewesen, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal sehen, ne? Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bis dann went. Tschüss. 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 Justين will das Auto laugh.